Was müssen wir zerstören? Kiffer? Ich bin gebohrt. Achso. Ich habe überstanden, jetzt müssen wir Kiffer zerstören. Wir können doch keine Kiffer zerstören. Ach, alles gut. Die friedlichsten Menschen, die es gibt. Oh Gott, kann jemand ganz gut hacken, sagen wir es mal so? Komm doch von wie? Das ist ein richtiges, eckiges Hacken dazu, glaube ich. Das ist auf Zeit. Wir mussten die anderen die Rückendeckung geben. Richtig eckig. Du meinst so wie mit dem Safe? Schlimmer als der Safe. Sag ich dir nur Schlimmer als der Safe. Ich hoffe, dass wir das wenigstens noch reichstellen können. Nicht ein perspectives zugehen. Vielleicht mach er Like. Wir sind die Frage noch einfach in der dece Kraft. Richtig. Ich mache ihn zu lange nicht. Ich werde mich etwas besser назад. Ich gebe euch mal für mich. Bist du soweit Yvonne, nach vorne kommt deine Basis. Ich will nicht rausspringen, das übernehme ich doch nicht. Yvonne, ich weiß, mir gehts doch genauso, ich will auch lieber rein als raus, es ist aber... Es tut weh, es tut richtig weh manchmal. Warte, das könntest du nicht einfach auch so sagen, ich glaub das ist auch... So geht's dann weiter oder wat? Wir sind gerade nach Basis angekommen. Okay. Okay. So, wer braucht ihr das Snacks? Ich hab... Also Yvonne, wenn du dich jetzt schon so anbietest, da so... Die wird dir bei mir geben. Ich hab kein Problem mit mir schmeckt, Yvonne. Da geht's halt zum Weltuntergang-Szenario. Oh Gott. Das kannst du auch sagen, dann geht's. Naja, muss ich sagen. Ist das jetzt das Finale oder was? Ja. Okay. Ich geh nochmal ganz kurz auf Toilette bevor du in die Mission startest. Cool, dann könnte man danach vielleicht sogar schon mit der Playlist nur anfangen. Guck, warum haben wir irgendwie lange dran gesitzen, ne? Ja, vielleicht los ist es auch gar nicht mehr, ich stimmen wollen. Oh Gott, das hat sie nicht. Ich geh auch mal kurz auf die Toilette. Ja, ich stimmen wollen. Ich stirbe- es aber höher. Ich schaue jetzt wieder etwas in die Zuschauer Zwei auf mich, habe ich nichts Ladies gefragt gewonnen. Wir haben nach einer Ehrezesssch性, Jesus gilt das für einen Daumen Erder und derisyonungsz hope. Das ist schön. Oh Gott, das ist gut. ich bin wieder da aber ohne bh ich bin jetzt bereit für yvonne schnell mal ein gummi übergezogen da packt jemand eine tüte aus sie wollen auch gerade afk oder? ja die war auf der toilette oder wollte auf der toilette sind alle da? ja na dann let's go finale finale oh ich spreng die küpfe ab und werde die welt hab du denn alles schon zu riemen? yvonne möchtest du das wirklich dass wir unsere sprengköpfe abschalten? verfluckt dich nicht nee das macht sie der zu voll ist ist was sie war na dann schauen wir mal zwei millionen melonen nehmen wir was haben wir denn hier? für jeden aber am besten schön wärs ne das wär schön ich bin für 30 30 30 und 10 genau in der reihenfolge mehr gibt's für Henrico erst nach der alljährlichen Prostata untersucht naja er ist ja neu er muss sich erstmal alles verdienen ich bin da nicht rein versteh ich nicht also mir geht das mal ganz anders ne ich müsste nach boin und enden ne 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 da ist hell Weltuntergangsszenario Ziel Mario diesen Mario Oh Entschuldigung We do it, but I'll be wrong, so... ...neiner shows. Let's get this done before he starts launching warheads, yeah? Seems like a lifetime ago we were simple bank robbers... ...minding our own business and took another people's money. And then we got paid by a Tech Idiot to get a load of data... ...which pointed to a rogue Russian attack on the IAA. Which led to us working for the IAA and that Tech Idiot... ...stopping some kind of Russian invasion. Only, and it turns out, the Russians were the good guys! And a tech idiot and his idiot AI were going to destroy humanity. So we're working for the government again. Stopping the AI apocalypse. Cleaning up the mess we made, really. I mean, I'm not gonna become a civil servant or anything? But only in the public sector do you get paid twice as much for fucking that! Ich bin gespannt, es könnte spannend werden. Wir müssen uns jetzt entscheiden, welches Teil wir nehmen, den Jeep oder den Panzer. Wobei, ich wollte gerade sagen, ich fähr für den Panzer. Ach du Scheiße. Ich glaube, der könnte es ein bisschen einfacher machen. Oder wir nehmen einfach beides, oder nicht? Nein, wir können nur eins nehmen, das andere wird verkauft. Okay, dann nehmen wir den Panzer. Hat er gerade gesagt. Ja, okay, los geht's. Ja, schon wieder den Sohn. Danke schön. Ja, warum war das? Das war meins. Nee. Weil die Granate abgeworfen hat. Wir müssen auffassen, wir haben die Granatenbegrenzung, ne? Wir haben Granatenbegrenzung. Okay. Ganz schön frecher NPC. Wer gibt sich zum Tunneleingang? Ist das nicht der Tunnel oben im Berg? Ja. Dann ist das bestimmt der Siloeingang, wie eine Tür, die in der Mitte ist. Wo alle irgendwann im Internet geraten haben, wo dann was das sein könnte, wo es hinführt. Was treibst du da? Nein. Gibt es mir zurück? Markus, legt dein Ding bitte zurück. Später. Gucken gibt's nicht. Ich versuche nur, meine Connection zum CEO herzustellen. Du sollst dich mit dem CEO connecten. Oder, Yvonne? Ich bin ein Männer, yo. Der muss überfahren, das ist Pflicht. Ja, Motorräder, der muss sterben. Der muss Betterer, der muss sterben. Du solltest er Cub Härtige Auto Teil 5. Deutsch, von katein Wohlrehen. Der ist noch bei não Naduer. Von scriptures kostenlち auf. Ich komme für ihn jetzt zur selber. ich der fahrer und wettbewerb machen freilich bis hinten durch die sie verfahren können oder was er ist ich eng mehr mit dem pfanzel zu verfahren aber ich komme mit engen stellen ganz gut zurecht jetzt hör doch mal auf henrico bitte wir sitzen um an mg auf Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh. Ja, die Gare so. Bekommst du. Cs, kann ich auch nicht probieren. Oh, das ist alles drin, da ist er. Oh, das ist ein Barsch. Oh, das ist ein Barsch. Oh, das ist ein Barsch. Warum immer der die Waffen wegpackt? Schön. Weg, weg, weg. Oder so. Im Zweifel. Im Zweifel haust du dir mit dem Granatwerfer weg. Du kommst ja mit dem MG nicht durch bei denen. In die Tür läuft das ein, die so alleine in den anderen die Grünen. Das ist ja eine Schleuhe. Hä? Hä? Hier war eine Vorratskiste. Deswegen bin ich da rumgelaufen. Hieroooo. Hi! Hinter uns. Hab ihn. Minimum noch einer. Hey, ich war tot. Okay. Weg, weg, weg. Oh, Leute, aufpassen. Das gibt kein Fett, die Feier. Ja, ich freue mich gerade mal eben kurz. Mal wieder voll machen. Ich war fast klar, dass sowas kommt. Ich glaube, hier sind keine Kisten. Wir müssen jetzt zum anderen Gang, wo Enrico alleine hingelaufen ist. Oder hinlaufen wollte. Ich habe einen Stopp. Wir brauchen noch zwei. Zwei Dinge. Drei sind es. Zwei. Wir haben drei. Doch, Mann. Das ist mein Bad. Vor allem dabei stand ich nicht mal so nah dran. Ich stand wirklich noch. Also ich stand vor dafür. Ah, der hat auf jeden Fall noch recht. Deswegen. Was hat wollte ich denn? Was hat war da? Es hat k FA, was hin. das war es du bist nur gestorben wasser hinter uns vor allem ohne gegner das verstehe ich gerade nicht was war passiert in riko er spricht nicht mit uns beschämt sich der markt nicht mehr beschämt sich mein mikro raus du bist nur gestorben die wasser der bank gegner natürlich bist du vor gerannt oder was alleine nein ich war da wo wir zuletzt waren wo wir alle waren und dann habt ihr dann seit ihr wieder nach vorne gerannt und ich bin zur seite gerannt da war nämlich auch nach einer kiste wir haben keine kosten brauchen aber keine kisten mehr machen das war dann das war wir sagen wir sind eigentlich durch was ich erkläre es nicht mehr es ist alles noch kurz hier sind wir jetzt wieder auch schön dass man einfach mal bei den super soldaten ohne panzer gespawnt wird das ist natürlich das habe ich so einen zweiten punkt da feiert man mal wieder echt ein sich ab vor allem haben wir die ganze schluss noch mal neu mit den kisten und so ja und das heißt ja das ist das ist natürlich super die ganze schluss noch mal mit dem ding noch mal neuer super und so ja vier helden vor dem handel fast alle die gleiche bewegung naja ist gut gut da muss doch einer stehen jetzt ist er tot ich bin eben nicht einmal gestorben hier in dem ding alter jetzt ich habe keine platzung ich muss trinke platzung kaufen das ist unfassbar Das war eh. was ist doch nicht los